Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video und wir werden uns heute wie ich gesagt habe in die Rangmatches mit Manon trauen. Daher werden wir mal schauen wie weit wir es mit Manon trauen werden. So Grundeinstellung, Spielersuche, Rangmatches, let's go! Und hier kommt schon unser erster Gegner. Daher, ja, Fokus und let's go. Die geben mir gleich einen goldenen Feder. Okay. Okay, daher. Fokus. Oh, der hätte ich warten können. Oh. Ruhig bleiben. Ja, okay. Okay. Oh, dass er nicht bleiben kann. Okay, wir haben es doch geschafft. Sicht Nummer 1. Okay, ich habe einen Rematch. Okay, wir haben 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 einen Rematch. Oh, das ist blöd. Oh, das ist scheiße. Warum leckt das jetzt? Ich habe trotzdem gewonnen. Aber meine Fresse, was war das für Lecks? Alter Falter. Ja. Naja, wir haben den ersten Kampf gewonnen. Jedenfalls, meine Damen und Herren, erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie ich schon gesagt habe, es wird französisch. Wir werden uns mit Manon durchschlagen. Mal gucken, wie lange ich jetzt treiben werde. Mal gucken, wo wir auch bleiben. Aber jedenfalls, ich habe mir ein bisschen was anfiniert. Mal gucken, wie weit ich das mit meinen Skills schaffe. Und joa, ne? Dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Kampf. Okay, unser nächster Gegner, ein Rio. Wollen wir mal schauen. Oh. Gold 5. Liebensausch Das war's für heute. Aufhören! Denki steht! Oh Mann! Ach, auch so einer wieder. Ah, Mann. Das ist schwierig. Ach, auch so einer wieder. Ach, auch so einer wieder. Ach, auch so einer wieder. Ich komme an den Typen nicht ran. So eine verdammte Scheiße. 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 Oh man Okay, let's go Nee, da hätt ich warten wollen Okay, den hab ich in der Tasche Okay, kein Rematch Der hat gleich gemerkt, okay Das war zu doll Okay, Silber 5 Quasi fast Gold Dann sehen wir uns beim nächsten Match Okay, unser nächster Gegner Ist ein Zangif Modern Player 17er Siegessäde Alter, scheiße Das kann sein, dass der Ja Raunch it Level 3, das ist gut Let's go Let's go Das ist fies Scheiße Er ist gleich hochgesprungen Verdammt Was? Ja, mach mich so fertig Weil ich kein Weil ich kein Anti-Air benutze Shit Kacke Oh, ich hätte ihn Verdammt Oh, den krieg ich Nee, da muss ich warten Oh, ich hätte ihn Und Level 4. Come on. Come on. Ah, nicht sein fucking, äh, scheiße. Meine Fresse. Mann, ach, das war's. Scheiße. Das war's. Das war's. Ach, Mann, ich bin so blöd. Das hätte ich gewinnen können. Mann, Mann, Mann. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay. Und unser nächster Gegner. Französisch. Kämme. Könnte problematisch werden. Oh, wow. Das war's. Und unser nächster Gegner. Das war's für heute. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, das ist schon mal. Okay, das ist schon mal. Okay, das ist schon mal. Ja, ich habe sehr wenig mit dem Griff gespielt. Das kann besser werden. Boah, mal gucken. Okay, das ist schon mal. Okay, das ist schon mal. Okay. 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 Das habe ich nicht kommen sehen. Alter, das war hart. Oh, komm, Mann, Mann, Mann. Ja, und das habe ich mal an. Ach, scheiße. Ey, echt, das hätte ich mal gewinnen können. Silber. Ja, dann schätze ich mich noch ein mit ihr. Okay. Ja, wir haben noch fünf Minuten. Ah, das ist schwierig noch. Mal, Silber eins. Nicht so gut, nicht so gut. Naja, dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, Mirror Match. Da wollen wir mal gucken. Wer ist die bessere Marner? Okay, let's go. Oh, fine. Okay. Mal sehen Sie. Ohh. Das war's für heute. Es ist Kombo, ich hätte auch Werbzüge. Okay. Definitiv besser. Da ist der Schwabo. Okay, der ist völlig überfordert mit der Sache. Okay. 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 Ach, komm, ey! Bronze. Und Dali gibt mir kein Rematch. Naja. Alles klar, meine Damen und Herren. Das wär's mit dem Video mit Manon. Ich hoffe, es hat euch gefallen genauso wie mir. Naja, Silber. Silber 1. Man hat mich schon fast gedacht, dass ich nicht so gut bin mit ihr. Weil meine Reaktionen nicht so gut sind. Auf jeden Fall werden wir mal schauen, wie wir das beim nächsten Mal machen. Es kann nur besser werden. Da werde ich jetzt erst mal gucken, wie weit ich das treiben werde. Ich weiß, dass ich vielleicht ein bisschen höher bin mit ihr. Aber mal schauen. Vielleicht auch nicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich bin die Kader des Gameplay 5. Und wir sehen uns dort, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße.